Liebe Bürgerinnen und Bürger von Mutlangen und Versbach, ich möchte mich heute wieder mit einem persönlichen Video an Sie wenden. Die Lage ist ernst, auch hier bei uns in Mutlangen. Soeben habe ich den Anruf vom Landratsamt bekommen, die die Kommunen nun sehr explizit mit ihrem Infektionsgeschehen beobachten. Am Anfang der Woche sind wir in Mutlangen noch von einer Inzidenz von 150 ausgegangen. Zur heutigen Stunde liegt unsere Inzidenz in Mutlangen mittlerweile bei knapp 360. Also von Wochenanfang über das Doppelte hinzugelegt. Allein gestern wurden uns neun neu infizierte Fälle gemeldet. Geht diese Entwicklung so weiter, dann steuern wir auf eine sehr, sehr ernste Lage zu. Zudem erhalte ich immer mehr die Info aus den Kliniken, dass die Intensivstationen voll sind. Und ich möchte Sie einfach vor dem Wochenende darauf hinweisen und an Sie appellieren. Schränken Sie Ihre Kontakte ein, halten Sie sich an die uns bekannten Regeln und helfen Sie mit, dass wir so schnell wie möglich aus dieser dritten Welle herauskommen. Nutzen Sie die Testangebote und wenn möglich lassen Sie sich impfen. Ich möchte Sie in das wunderschön sonnige Wochenende verabschieden. Ihnen alles Gute wünschen und vor allem halten Sie sich an die Regeln, schränken Sie Ihre Kontakte ein und bitte bleiben Sie gesund.